Heute geht's wieder los und ach, da findet der große Austausch statt. Ja, da wird verhandelt, da entstehen neue Reiseideen, neue Möglichkeiten. Die internationale Tourismusbörse in Berlin startet jetzt. Und wir sind live dabei, ganz klar. Und wir haben auch jeden Tag, die nächsten Tage immer wieder Ansprechpartner. Also da können Sie auch teilhaben an, ja vielleicht neuen Inspirationen, an tollen, begeisternden Reisemöglichkeiten. Und jetzt vor Ort ist Björn Kasper und der hat natürlich auch wieder Neuigkeiten hier aus Berlin. Und da freue ich mich schon, ja auf die erste Schalte heute bei uns live aus München, in dem Fall aus Berlin. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, 10 Uhr, die weltweit größte Tourismusmesse hat seine Pforten eröffnet. Und Sonnenklar-TV ist die nächsten fünf Tage mit über 40 Live-Schaltungen vor Ort und schaut nach neuen News und Trends. Und ich bin bei Alamo gelandet. Neben mir steht der Mike Lüttke. Guten Morgen. Guten Morgen. Alamo, ich habe das schon mal gelesen am Flughafen. Was macht Alamo genau? Alamo ist eine Autovermietung. Sie kennen sie wahrscheinlich hauptsächlich aus Nordamerika. Dort verfügen wir über ca. 360 Stationen an allen internationalen Mietwegen. An Flughäfen natürlich nicht Mietwegen, die Stationen haben wir dort. Und natürlich auch an touristisch relevanten Orten, wie z.B. in Miami Beach oder in der Innenstadt von San Francisco. Aber auch in Orlando. In Orlando sind wir z.B. die einzige Autovermietstation, den es erlaubt ist, in den Disney Resorts Stationen zu betreiben. Was ist das Besondere an Alamo? Wir kennen ja ganz viele Mietwagengesellschaften. Was macht Alamo aus? Genau. Z.B. in Nordamerika. Ein Unterschied bei uns ist, wenn Sie den Mietwagen hier in Deutschland buchen und Sie kommen zu uns an der Station, wird der Mietvertrag bereits in deutsche Sprache ausgedruckt. Das ist ganz wichtig. Man hat z.B. dadurch alle mietrelevanten Informationen in seiner Heimatsprache. Das gibt eine gewisse Sicherheit bei der Anmietung. Ein weiterer Punkt sind unsere Choice-Stationen. Choice heißt, nicht der Mitarbeiter hinter dem Counter bestimmt, was der Kunde für ein Fahrzeug fährt, sondern dieser kann sich das in der gebuchten Kategorie selbst aussuchen. Das heißt, alle Fahrzeuge sind aufgereiht auf dem Parkdeck und der Mitarbeiter geht mit ihm ins Parkdeck und der Kunde kann selbst wählen, welches Fahrzeug er fahren möchte. Innerhalb der gebuchten Kategorie natürlich. Alle Fahrzeuge sind aufgereiht, überall steckt der Schlüssel drin und man wählt dann selbst das Fahrzeug und kann somit sehr entspannt in den Urlaub starten. Wo kann ich mein Fahrzeug am besten buchen? Das ist eine sehr gute Frage. Fahrzeuge kann man natürlich buchen bei Sonnenklar.tv, in jedem anderen Reisebüro in Deutschland natürlich und auf unserer Webseite. Ja. Jetzt war ich im letzten Jahr in Kanada und in den USA und wollte natürlich auch einen Mietwagen mir buchen, und bin dann vor Ort in eine Station gegangen und dann wollten sie mir erstmal ein großes Auto andrehen. Und da dachte ich, nee, so große Autos, ich möchte lieber ein kleines Auto. Was würden Sie raten, den Sonnenklar.tv-Zuschauer, wenn Sie jetzt eine Reise nach Kanada planen oder in die USA? Das Wichtige ist, dass man zuerst feststellt, welches Auto fährt man zu Hause. Fahre ich zu Hause zum Beispiel einen VW Passat Kombi, kann ich im Urlaub nicht in ein Kleinfahrzeug gehen. Das macht keinen Spaß, die Urlaubsreise so zu starten. Deswegen ist es wichtig für seine Reise, das entsprechende Fahrzeug vorab zu klären. Ich empfehle hier beispielsweise ein Intermediate-Fahrzeug, wenn man in Florida eine Rundreise haben möchte, oder aber auch ein Convertible, was die Cabrios sind in den USA. Wir haben zum Beispiel in der Flotte die Ford Mustangs, die sind bei deutschen Gästen sehr beliebt und damit kann man dann auch völlig entspannt in den Urlaub fahren. Wenn man allerdings in die Westküste geht und möchte auf große Rundreise gehen, die Nationalparks besuchen, dann ist so ein großer SUV schon von Vorteil. Lieber Herr Lüttke, wo geht es dieses Jahr in Urlaub? Nach Griechenland. Nach Griechenland. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, das war die erste Schalte aus der ETB. Wir schauen uns weiter oben nach Trends und Entwicklungen und werden die nächsten fünf Tage live vor Ort für Sie da sein. Zurück nach München. Sonnenklar-TV feiert den zwölfmillionsten Urlauber. Buchen Sie eine Reise aus unserem Special und profitieren Sie von satten Rabatten bis zu 800 Euro pro Doppelzimmer. Die 12-Millionen-Urlauber-Marke ist geknackt. Ein besonderer Grund für uns, ein großes Urlaubsfest zu veranstalten. Lassen Sie sich von unserer Urlaubsfeierlaune anstecken und schalten Sie ein. Aber nur bis Mittwoch, den 6.03.2019. Unser 12-Millionen-Urlauber-Special. Weitere Infos auf sonnenklar.tv